Hallo, schön, dass ihr reinschaut. Ich war heute bei Action und möchte euch zeigen, was ich mir gekauft habe. Ich bin eigentlich hin, wollte mal schauen, was gibt es für Wochenangebote. Habe auch ein bisschen mitgefilmt für euch. Ein bisschen was zeige ich dann im Anschluss an diesem Video, wenn ich euch gezeigt habe, was ich mir da ausgesucht habe. Ich fand, die hatten wieder interessante, tolle Sachen und wieder richtig günstig. Mein Action Haul. Einmal habe ich mir was mitgenommen, was es da dauerhaft gibt oder was es schon sehr lange gibt, was ich gesehen habe beim Bekannten. Das sind diese Lampen. Hier habt ihr diesen Stab dabei. Das sind Solarlampen. Ich habe auch den Spong hier. Ich glaube, das kostet 3 Euro etwas. Ich blende euch die Preise alle mal ein. Da steht jetzt hier Glas, Ball, Solarlicht und dass du das halt 8 Stunden in die Sonne stellen sollst. Dann lädt sich das auf. Dann lädt sich das ein bisschen auf und dann könnt ihr schön... Das so raus. Der Erdspieß halt. Machst das da rein. Und dann habt ihr abends, geht das dann an, habt ihr ein schönes Licht. Erstmal hier unten natürlich auf anstellen. Geht an, aus und ich weiß nicht, ob da in der Mitte auch noch was ist. Auf jeden Fall könnt ihr das erstmal so anstellen. Dann kommt das nachher gleich in den Garten, in die Sonne. Da ist eine kleine Lampe ist da drin oder zwei, wenn man jetzt schlecht sehen. Und dieses Solarpanel, das ist auch da drin. Und die ist sogar bunt. Die leuchtet in verschiedenen Farben. Finde ich ganz süß, möchte ich mir dann vorne im Garten hinstellen. So eine Solarlampe. Die gibt es halt schon lange. Und ein Bekannter von mir, der hat ganz viele davon in seinem Garten. Das sieht total hübsch aus. Jetzt habe ich mir auch mal einige gönnt. Einmal diese Lampe. Dann hatten die im Wochenangebot Zahnpasta. Habe ich mir auch einmal mitgenommen. Colgate Max White. Diese einmal. Die Max White. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich schaue mal, letztes Mal hatte ich die schwarze, die war auch richtig gut. Ist das die? Ne. So schaut die aus. Mh, die riecht richtig gut. Tolle Zahnpasta. Riecht so minzig. Echt lecker. Ja, mag ich gerne den Geruch. Also riechen tut sich schon mal sehr gut. Und die hat wohl so kleine Körnchen, so wie das aussieht. Um so auf den Zähnen Ablagerungen zu entfernen, damit die wieder ein bisschen weißer sind. Ja, so sieht das hier auch aus, als wenn da so kleine Körnchen drin sind. Ja, doch. Ein ganz bisschen merkst du das. Ganz leicht. Und riecht gut. Einmal Colgate. War im Angebot. War echt geistig. Und dann habe ich einmal mitgenommen. Ja, in einem Aufgebrauch werde ich euch dann erzählen, wie die war. Und was auch diese Woche im Wochenangebot ist, das sind so große Duschgelflaschen. Das hier ist Natural Honig mit Arganöl. 95% Natur, vegan. Hat dieses PETA-Zeichen, also ohne Tierversuche, Argan-Schauer-Gel. Da gab es auch noch Kokos. Roch auch ganz gut. Hat mich auch nicht so hundertprozentig überzeugt vom Duft. Und dieses riecht so süßlich, auch mag ich total gerne, süßlich-frisch. Das ist halt mit Arganöl. Dermatologisch getestet steht hier eine Gel-Dusche. Und das ist richtig groß. Das sind 650 Milliliter. Einmal schnell schauen, hier habe ich den Bon. Das Duschgel, 650 Milliliter mit Arganöl, 1,79 Euro. Kann man sich ja auch abfüllen, wenn du jetzt verreisen willst oder jemandem was abgeben willst. Füllst ein bisschen was ab, weil das ist ja echt eine Menge. Und für den Preis super, oder? Genau, die zwei Sachen waren aus den Wochenangeboten. Und dann habe ich noch ein bisschen was gefunden. Das ist auch ein Wochenangebot, glaube ich. Solche Socken. Ich glaube, die waren da. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja aufgenommen, Wochenangebot. Werde ich euch mal hier so einblenden, dass ihr das da auch mal so seht. Das sind hier so, ja, Strümpfe. In Größe 39 bis 42 habe ich genommen. In weiß. Und für Turnschuhe. Wenn du Turnschuhe anziehst. Und jetzt mal was Kürzeres. Dann möchtest du ja nicht, dass man die Strümpfe sieht. Finde ich jedenfalls nicht so schön. Die gehen komplett rum. Einmal. Aber nicht nach oben halt. Solche. Solche Strümpflinge. Und das sind zwei Paar. Ich habe sonst immer nur die für Ballerinas. Solche hatte ich jetzt noch nicht. Habe ich mir einmal mitgenommen. Und ich glaube, die waren auch günstig. Die Socken 1,39 Euro. Die beiden. 1,39 Euro. Ich kann es nicht meckern, ne? Für zweimal so Füßlinge. Für Turnschuhe, Sportschuhe. Dann habe ich mir hier noch was mitgenommen. Arganöl. Das hier einmal. Und das glitzert so ein bisschen. Ich glaube, das kann man jetzt kaum sehen, ne? Das habe ich auch im Laden schon gesehen. Ich denke, was ist das denn? Das glitzert so ein bisschen. Das ist für, ich denke, trockenes und kaputtes Haar. For damaged dry brightly hair. Mit Organic Moroccan Arganöl. So ist es schütteln, bevor du es benutzt. Von Beauty Depth. Das ist so eine Marke bei Action. Also schüttelt. Ist ja nur für Längen und Spitzen. Also nicht für den Ansatz. Sie sehen jetzt eigentlich soweit gar nicht schlecht aus. Aber ich sprühe mal was raus. Ach, das riecht auch gut. Den Duft mag ich gerne. Ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Ist halt, soll pflegend sein. Kannst du, glaube ich, ins Trockene und ins nasse Haar sprühen. Nach dem Haare waschen ist sehr klein geschrieben. Hier hinten ist es nochmal so ein bisschen geschrieben. Aber ich mache ja so ein Leaf-In, solche Leaf-In-Produkte immer. Gerne auch ins Trockene Haar. Um die Haare vielleicht nochmal aufzufrischen zwischen dem Waschen. Ich wasche so alle zwei Tage. Und wenn ich sie dazwischen mal so ein bisschen auffrischen will. Ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Außer, dass es gut riecht. Arganöl ist ja immer toll für die Haare. Und ja, im Aufgebrauch werde ich da mehr sagen können. So 200 Milliliter. Einmal ein Arganöl. So. Ja, ist okay, ne? Fettet auf jeden Fall nicht. Also es wirkt jetzt nicht fettig oder so dadurch. Das ist ja auch schon mal wichtig für mich, dass das nicht so fettig aussieht. Aber schon. Ja, doch. Ich glaube, das ist ganz schön. In allem Aufgebrauch werde ich dann mal sagen, wie ich das fand. Dann habe ich Ohrringe da entdeckt. Da gucke ich auch gerne immer nach Schmuck. Da hatte ich auch ein bisschen mitgefilmt, was da noch so an Schmuck gab. Und das fand ich ganz interessant. Das ist hier Stahl. 18 Karat Gold platet. Also so vergoldet halt. Und das sind Amethisten. Fand ich schön. Ich mag ja so eine Steine. Das sind Amethist. Und da habe ich mir gleich noch ein paar mitgenommen. Das ist auch Stahl und 18 Karat vergoldet. Aventurin. Auch hübsch, ne? So in grün. Die sind auch ein bisschen dicker, ein bisschen kräftiger. Also so auffallender. Ich habe schon solchen Schmuck von Action gehabt. Ich glaube, es gibt auch manchmal Silberschmuck recht günstig da. Auch die waren günstig. Kann ich einmal kurz sagen. Verschiedene Ohrringe in Edelstahl. 2,99. Für 2,99 Edelstahl vergoldet. Da weiß ich, dass das eigentlich auch das Vergoldete immer gut drauf hält. Auf Edelstahl. Deshalb habe ich schon so einigen Schmuck Edelstahl vergoldet. Und das hängt echt gut. Ja, ich gucke immer ganz gerne. Mittwochs sind ja immer die Angebote bei Action. Und da schaue ich immer ganz gerne mal vorbei. Und man findet auch immer was. Auch wenn man es gar nicht so vorhatte. Irgendwie finde ich immer was. Und sowas halt gibt es da dauerhaft. Also Schmuck jetzt gerade solchen. Mit diesen Halbedelsteinen. Das gibt es natürlich nicht immer. Habe ich jetzt erst gesehen. Vielleicht ist das was ganz Neues wieder. Ich glaube, die sind da reingeklebt. Hoffe ich mal, dass die gut halten. Aber ansonsten, der Schmuck selber, wenn der vergoldet war, dann hielt der bei mir gut. Habe ich auch noch. Also wäre so viel Modeschmuck, den habe ich auch noch. Aber manchmal möchte man dann auch was Neues haben. Und für den Preis finde ich auch, kann man nichts verkehrt machen. Ist auf jeden Fall okay. So ist gar nicht so einfach, die jetzt hier rauszubekommen. Das jetzt hier raus. Schieben. Na. Ich nehme mal auf beide Seiten einen rein. Ups, jetzt ist er runtergefallen. Jetzt bin ich auch noch drüber gefahren. Mit meinem Stuhl. Er ist runtergefallen. Er ist noch dran. Ist noch heile. Das ist hier der Verschluss. Geht dann hier so einfach. So. Wieder zu. Und das ist dann der Ohrring. Ich finde ihn ganz süß. So. Den mache ich mir mal hier rein. Und dann kann man mal beide so im Vergleich sehen. Die hatten auch noch andere Steine. Die hatten auch Rosenquarz. Habe ich da auch gesehen. Und passend zu diesen Ohrringen gab es auch Ketten. Das fand ich auch toll. So. Hätte habe ich mir nicht genommen. Weil die Ohrringe fand ich echt süß. Schauen. Boah, die sind doch süß, he? So schaut das aus. Und ich weiß, wenn es vergoldet ist, vertrage ich das auch gut. Edelstahl vertrage ich die zweite Packung auf. Und zeige euch die dann auch nochmal getragen. So. Ist schön zugeknippt. Ich reiße das jetzt einfach hier mal so auf. Die sind wieder ganz anders. Die sind so hinten. Von vorne. Die sind auch süß. Die haben halt so einen... Und dann diesen kleinen Verschluss. Wenn ich mir die anderen rausnehme. Dann kann man mal vergleichen. Die sind ein bisschen feiner, würde ich sagen. Ein bisschen zarter. Ach, die sind doch auch süß, ne? Und wie gesagt, es gab zu diesen Ohrringen auch die passende Kette. Da sah der Anhänger auch so aus. Ich glaube, der war etwas größer dann. Aber da habe ich gedacht, ne. Ich brauche keine Kette passend dazu. Die Ohrringe fand ich aber echt schön. Zarter, unauffälliger. Und die, die sind etwas auffälliger. Ein bisschen wie eine Kreole. Gefallen mir beide richtig gut. Und für 2,99 Euro kannst du ja nichts verkehrt machen. Ist Edelstahl, ist vergoldet. Da kannst du echt nichts verkehrt machen. Ich denke, das verträgt auch jeder. Bei Modeschmuck ist das ja manchmal so, dass man vielleicht einiges nicht verträgt. Aber ich glaube, das Edelstahl verträgt, glaube ich, jeder und vergoldet. Also gold ja eigentlich auch. Die meisten, sage ich mal so. Da kenne ich jetzt keinen, der eine Allergie hat gegen Gold. Ja, so sehen die beiden aus. Finde ich beide total süß. Ein kleiner, das war nur ein ganz kleiner Action Haul. Aber wenn du zu Action gehst und auch wenn du nichts haben willst, irgendwie findet man immer was. Duschgel ist ja sowieso, kann man immer gebrauchen. Und für den Preis super. Ich mag auch den Duft ganz gerne. Und dann hier, 650 Milliliter, das ist schon eine Menge. Auch die Zahnpasta von Colgate. Ich mag Colgate eh ganz gerne. Die probiere ich mal aus. Das werde ich euch dann auch in einem Aufgebraucht alles nochmal erzählen. Auch hier zu diesem Spray. Meins ist gerade alle, das ich bis jetzt immer genommen habe. Das lief in und jetzt habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Spitzen und Längen sind ja bei mir auch eher trocken. Jetzt dadurch, dass sie kürzer sind, natürlich auch nicht so kaputt. Aber trotzdem, ich blondiere ja immer. Die brauchen Pflege. Und das ist immer mal so was Schnelles zwischendurch. Finde ich gut. Mal sehen, wenn ich es eine Weile benutzt habe. Wie sich das macht mit meinem. Ich habe ja so ein bisschen auch noch gefilmt bei Action. Auch den Schmuck, was es da sonst noch so gibt. Und das seht ihr jetzt hier im Anschluss. Ich sage schon mal, viel Spaß. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, hier seht ihr erstmal den Schmuck. Das sind die Ohrringe. Die habe ich da ja dann entdeckt. Einmal die mit dem grünen Stein. Richtig schön. Gab aber auch, wie gesagt, noch ein paar andere. Seht ihr auch so ein bisschen jetzt. Und da der Preis 2,99. Da kannst du echt nicht meckern für Edelstahl vergoldet. Mit Halbedelsteinen dann da drin. Und ich gucke da gerade durch, was es noch für welche gibt. So viel Auswahl war nicht. Da war noch schwarze. Ich weiß nicht, ob das auch nichts war. Dann waren daneben auch noch die passenden Ketten. Hier, das sind glaube ich Armbänder. Auch Edelstahl vergoldet. Und da habe ich erstmal geguckt, was das ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich zeige auch nochmal die Ketten gleich. Das sind Ringe. Auch Edelstahl vergoldet. Verschiedene Ringe. Und da sind die Ketten. Ja, das... Und ich glaube, da war auch noch... Der ist hier mit Rosenquarz. Bisschen verschiedene Formen dann die Anhänger. Ganz süß, aber ich habe ja schon viel Schmuck. Auf Ketten habe ich dann verzichtet. Da unten hatten die noch Haarreifen. Gucke ich ja auch immer mal wieder ganz gerne. Aber habe ich dann doch nicht mitgenommen. Fand ich jetzt nicht so toll. Ja, viel für die Haare. Diese Bürste. Die ist so richtig... Also von den Borsten ganz weich. Ist eine ganz kleine, die du aufklappst. Und auf der anderen Seite hast du einen Spiegel. Ich finde die Idee ganz witzig. Aber eigentlich kannst du dich beim Chemie ja trotzdem nicht sehen. Hast du hinterher ganz angucken, ob du es gut gemacht hast. Genau. Alles so für die Haare. Haarfarben gibt es ja da auch. Viel Haarpflege. Dieses Rosane da oben. Curls. Das ist so, wenn du Naturlocken hast. Und hier habe ich das Arganöl. Dieses Spray entdeckt. Und das ist das, was ich dann mitgenommen habe. Und da hatte ich so gesehen, dass so ein bisschen Glitzer drin war. Ich sah so irgendwie ganz interessant aus, als wenn das so glitzert. Das ist auch nochmal ein Fluid mit Arganöl. Ja, viel für die Haare. Viel Haarpflege. Hier seht ihr die Angebote diese Woche. Da oben war, glaube ich, so ein Feuertopf für den Garten. Das ist so ein ganz... Da ist so ein Kissen mit Styropor drin. Und da oben, das sind... Zeige ich das jetzt auch? Nee. Da oben sind halt auch nochmal so Grillmatten. Und kleine Solarlämpchen. Die waren mir aber ein bisschen zu klein. Kostet noch nur 77 Cent. Das sind so die Angebote diese Woche. Auch so Rucksäcke habe ich da gesehen. Für Kinderspielzeug. Da habe ich was zu malen. Ja, so eine Bluetooth-Teile für Musik. Und dann Porzellangeschirr. Und da oben ist dann nochmal Sonnenschutz. Auch Lichtschutzfaktor 50 zum Sprühen. Hatte ich erst überlegt, aber ich habe noch genug da. Und das... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gerade zeige. Nee, jetzt zeige ich euch erstmal hier dieses hatte ich mal. Das ist so ein... Na, wie heißt das jetzt? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja. Ach, kennt ihr das? Dann kommt man da nicht drauf. Das sind die Söckchen. Genau, die waren also auch diese Woche im Angebot. Hatte ich mir einmal mitgenommen. Mir lässt das jetzt keine Ruhe. Ich komme bestimmt noch drauf. Dieses Fluid da oben. Ach, das ist so ein Selbstbräuner-Spray. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Also sowas traue ich mich nicht ran. Was war das noch? Irgendwie... Ach so, ein Stempel für Eyeliner-Stempel. Na, die Zahnpasta. Na, so kleine Bürsten, aber die fand ich nicht so toll. Ja, und das sind dann so Deko, so allgemein, was halt immer auch da ist. Da schaue ich immer gerne bei der Deko. Bilderrahmen, sowas. Und hier selber, wenn du malen willst, Leinwände. Ich glaube, die haben auch Acrylfarben und alles, was man dafür braucht. Das fand ich auch ganz hübsch. Solche Schälchen. Sie sehen ganz süß aus, ne? Aber würden jetzt bei uns gerade nicht reinpassen. Darunter hatten sie nochmal so was Ähnliches, ein bisschen anders. Vielleicht als Obstschale oder so. Und da, da habe ich mir ja so einen Spiegel mitgenommen. In weiß haben sie ja nicht mehr. Wenn sie noch einen hätten mit dem weißen Rahmen. Ich würde mir noch einen mitnehmen. Sind richtig toll. Kannst du an die Tür hängen. Und das ist so eine Strandtasche. Fand ich ganz hübsch. Und darunter haben sie, ich weiß nicht, ob ich das gleich noch zeige. Da hatten sie 4,99 kostet die Strandtasche. Und da unten hatten sie auch noch Rucksäcke, die innen beschichtet sind. So, da kannst du ein bisschen was drinne kühl halten. Oder warm halten, je nachdem, ne? Na, da hatte ich keine Frage, ob er sowas braucht, auf Rollen, so ein Brett, wenn du mal was schweres hast, was du irgendwo hin transportieren musst. Aber er sagt, haben wir.